Ich hab gar nicht aufgepasst, wo muss man jetzt hin? Warte, geradeaus. Straßburg. Jetzt kommst du noch unter so einem Schild da? Ja. Ja, okay. Dann läuft das. Ja, wie gesagt, du bist vielleicht eine halbe Sekunde verzögert. Und das noch nicht mal. So, ich muss wahrscheinlich... Jetzt. Ja, das war eben. Geradeaus, komm. So, fahren wir mal los. Wenn meine ganze Bäume nass. Ich glaube, ich muss hier ab. Der muss noch geradeaus. Nee, ich muss hier zweiter ab. Ups. Ich darf nicht zu schnell fahren. So, dann... Gleich... Gleich nachher, also jetzt gleich musst du abgehen. Also hier noch nicht, das ist okay. Boah, ist das schrecklich, das Wetter. Ja, und so neblig. Ich glaube, du musst jetzt... Ach, shit. Hab ich nicht aufgepasst. Aber du musst jetzt raus, ne? Ja, bin ich schon dabei. Ich hab Lust, dass einer... Äh... Die Sperrzone... Überfahren... Die schraffierte Fläche... Das hat ja keiner gesehen. Doch, ich... Und die Zuschauer. Ja, wenn doch mehr, hoffentlich keiner einen Strafzettel auszuschneiden. Oh, leer auf der, die Straße. Ja, zum Glück. So, ich weiß nie, ob jetzt diese Straße wieder weggeht. Oder, ja, geht wieder weg. Ist doch blödsinnig. Das ist echt nicht so. Ich bleib mal in der Mitte, bis was passiert. So, biegen wir jetzt ab oder nicht? Ja, du musst gerade auf. Ja, aber... Ich weiß nicht, ob die Straße dreispurig ist. Ich fahr mal rüber. Ja, dreispurig. Ne, hier geht's wieder runter. Aber wir wollen doch nach Straßburg. Ja. Ist doch richtig. Ja, aber ich erkenne das nicht richtig. Ups. Vor lauter, lauter auf dem Navi schauen. Aber es scheint hier abzugehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Ausfahrt, äh, zum Beispiel jetzt, äh, verpennst, äh, zeigt er dir das an? Ja. Ja, dann behauptet er immer, ich soll wieder rückwärts fahren, aber das kann ich ja auf der Autobahn nicht. Da muss ich selbst irgendwie schauen, dass ich einen Weg zurück finde. Ist nicht so optimal gemacht, finde ich. So, wo gehst denn du hin? Wo ist da ab? So, ich glaube, der hat Vorfahrt gerade. Eigentlich kam ich von rechts. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wer Vorfahrt hatte. Aber bevor ich einen Unfall baue, lasse ich den lieber vorbei. Boah. Und der sieht da die Vorfahrt. Ja, er kam ja von rechts und ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob es hier einen Vorfahrt oder Stoppschild oder was gab. Aber die sind gnadenlos. Fährt der auch Polizeiraum, oder? Ne, aber wenn du zu schnell fährst, kriegst du trotzdem Knöllchen. Oder wenn du jetzt nicht richtig schlafen gehst oder so. Schau mal bitte unten rechts, wann die nächste Pause ist. Ja, ich kann das schlecht lesen. Okay, dann ist die Übertragung so schlecht, okay. Da muss ich gleich selbst schauen. Vier Stunden habe ich noch Zeit, das ist in Ordnung. Ja, du brauchst ja nur noch drei Stunden oder so. Geht doch die Fahrt, oder? Eine Stunde noch was. Dann kann ich danach schlafen gehen. Bisschen auf die Bremse. Bisschen auf die Bremse. Paul, hast du eigentlich einen YouTube-Kanal oder sowas? Ja, Paulchen 12.05. Und was für Videos machst du? Also, ich spiele jetzt zur Zeit Minecraft erstmal. Ja. Weil ich krieg das jetzt erstmal gerade ich hin mit Fraps und mit Landwirtschaftssimulator. Aber bald werde ich dann auch Landwirtschaftssimulator 2013 aufnehmen. Okay. Und mit was nimmst du Minecraft auf? Fraps. Okay, das klappt, okay. Was ist denn das für eine komische Straße hier? Ja. Grausam, ne? Grausam, ne? Ups, 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 ups. Ich brems doch. Ja, ich sehe ja kaum was hier. Schau, das wäre ja nicht gut gewesen. Blitzen hier ständig, ne? Ja, ist ein Shitwetter. Passt dir irgendwie jetzt, ne, mit dem Schnee? Bei euch auch? Ne, ähm, Bastian hat ja auch gesagt, dass bei ihm sehr viel schneit. Ja, bei uns auch. Ich war heute einfach nur mit nem T-Shirt und ne Weste draußen. Ist recht warm bei uns. Warum schneit's? Also, jetzt, äh, hier ist halt Wind, der Wind stört, sonst ist eigentlich alles okay, nur, äh, der Wind stört. Aber jetzt hat's auch in den letzten Tagen noch ein bisschen geschneit. Aha. Der will einfach nicht weg. Komisch. Wo es eigentlich jetzt schon Frühling ist, oder? Ja. Ja. Das... Weil kann man ihn nicht mehr sehen. Ja, aber man sagt ja immer, April, April, macht was er will. Also, das... Das wird ja auch nicht so ganz... Ja. Klar. Das ist die Frage. Ich bin aber nicht schnell genug zum Überholen. Haben wir ihn nicht gemerkt? Ja, ich mein, nur bis zum April, äh, hat man so ein Wetter, wo schneiden kann, schönstes Sonnenschein ist. Okay. Ja, jetzt, äh, ist ja hier die Sonne rausgekommen bei uns, ne? Also, ich hab bei uns hier so ein Wetter, wie es jetzt gerade im Spiel aussieht. Ja. Also, ohne Regen. Wir haben so ein bisschen getrübtes Wetter, so, so halt dunkler, bisschen dunkler, bisschen windig, aber sonst Temperaturen eigentlich ganz warm. So, da ist ne Windmülle. Wir sind doch in Frankreich, nicht in Holland. Ich wollte eigentlich mal fragen bei dir, wie lange dauern eigentlich deine Videos, wenn die du, äh, hochladest? Also, ich brauch so 1-2 Stunden für die Bearbeitung und nochmal 1-2 Stunden bis zum Hochladen. Ja, weil das dauert total lange irgendwie bei YouTube, ne? Ja. Ja, das kommt ja auf die Upload-Geschwindigkeit an von deinem Rechner. Kommt ja auch noch drauf. Ja. Und wie weit du die, äh, Videos verkleinerst? Ja. Du hast ja irgendwas so 20, 30 Gigabyte pro Folge. Ja. Und die verkleinerst du ja, schätzt mal auf ein 500 MB und die müssen ja dann auch hochgeladen werden. Ja. Ich krieg Besuch. Ja, warte mal kurz. Oder. Ja, warte. Ich komm gleich wieder, sorry. Kein Problem. Ja, jetzt fahrt der da vorne aber schon in Ordnung. So, noch 10 Kilometer, wir sind bald da. Oh, hier geht's ab. Oh. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Oh. Bin wieder da. Ich hätte beinahe einen Unfall gebaut. Oh. Habe nicht aufgepasst, aber es hat noch geklappt. Ich habe aber jetzt wieder die Klinge ausgemacht. Das habe ich schon früher gemacht. Seine. Oh. 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 So kurz vor dem Ziel noch ein Unfall gebaut. Beinahe. So, muss ich hier schon ab oder die nächste erst? Die nächste. Aber ich sehe, dass der jetzt halt ein bisschen geschrumpft hat, aber sonst ist es eigentlich eine ganz gute Grafik, oder? Das hoffe ich doch. Ja, okay, die Skype, wir übertragen das ja über Skype. Ach, jetzt muss ich hier wieder rein. Ne, muss ich nicht, es geht noch weiter. Ja, heute geht es gerade aus. Weil letztes Mal habe ich hier in Mannheim reinfahren müssen, aber zum Glück fahre ich schon anders hin. Skype übertragt ja nicht eine volle HD-Qualität. Aber sonst eigentlich ganz gut. Ja. So. So, fährst du? Das ist in der Mitte, da kommt keiner. Da auch nicht. Da rechts, links. So, aber ich muss gleich wieder rein. Ja, hier muss es rein. Links. So, jetzt gehen wir mal gleich auf die Ansicht. So, wo muss ich denn denn parken? Da hieß es noch, glaube ich. Ja, links ist ein Zaun. Ach so, nicht, dass er da. Ja, es ist ziemlich hängig hier. Wo wird der gerade auf? Nein, du... Ich brauche ein bisschen, bis der Reifen eingeschlagen hat. So. Da ist es. Das Ziel. Ja. Nach langer Fahrt. Endlich geschafft. Ja, endlich ist gut, weil ich muss ja auch noch hier irgendwie richtig einparken. Aber vielleicht habe ich Glück und es klappt hier recht gut. Weil eigentlich stehe ich da schon fast gut. Ja. So. Ne, bis... So, ich muss eigentlich... Da muss ich jetzt eigentlich nur noch zurückfahren, glaube ich. Versuch mal. Warte. Oder geh mal von oben auf die Ansicht, dann weise ich dich ein. Ne, ich glaube, es geht hier gut. Bist du das? Ne, falsch rum suchen. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen noch drücken. Wieder zurück. Nicht zu viel. Und jetzt? Ich glaube, du musst noch ein bisschen nach vorne und dann... Stopp, 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 stopp. Ah, nein, nein, nein. Ah, du musst nach vorne. Habe ich einen Unfall gebaut? Habe ich den da hinten getroffen? Nein, du musst nach vorne. Ja, ich weiß, aber ich will nur schauen, ob ich irgendwie angestoßen bin. Sehe ich das? Nein. Oder? Ah, nein, ich sehe es nicht. So, aber... Ich muss noch ein bisschen nach vorne fahren und dann zeigt der Grün an. Ja, das hoffe ich doch. Komm, nicht so schnell, fahr einfach. Oh, er will nicht mehr. Jetzt wird der Grün aus. Stopp. Jetzt, jetzt, jetzt. Ach. Genau. Ah, immer noch Level 5. Okay, das war's mal wieder. Ja. Ich danke dir für deine Hilfe. Vor allem, dass ich nicht leer gefahren bin. Ja. Und wünsche meinen Besuchern, äh, oder Zuschauer besser gesagt, noch einen schönen Tag. Ciao. Ja. Ciao. Ciao.